Wir sind jetzt auf der Seite www.esoterikshopping.de Auf dieser Seite habe ich jetzt noch nichts bestellt, aber die Seite ist mir aufgefallen, als ich nämlich das Kartendeck Orakel Berliner gesucht habe. Da bin ich auf diese Seite gestoßen. Sie hatten es mal gehabt mit dem Goldschnitt, aber jetzt verkaufen sie es gar nicht mehr. Damals, wo ich auf die Seite gestoßen bin, waren sie am überlegen, wollen sie die andere Version vom Orakel Berliner, also ohne Goldschnitt, noch verkaufen oder nicht. Sie haben es aus dem Sortiment genommen. gefunden habe ich es jetzt allerdings auch ohne Goldschnitt bei Amazon.de. Da die Seite brauche ich natürlich, denke ich mal, nicht vorstellen. Da findet ja jeder, was das Herz begehrt. Dann gehen wir doch hier mal auf der Seite die Liste etwas durch. Ganz klar auch wieder Bücher, Duftlampen und Zubehör, Edelsteine, Edelsteinwasser, DVDs, Figuren, Kartenlegen, Meditation, Öle, Pendel, Puzzle, Räucherwerke, Ritualbedarf, Hexenbedarf, da können wir noch mal kurz reinschauen, Schmuck, Tarotbeutel oder Schatullen, Tücher, Voodoo, Wahrsagen, Wellness. Also es ist einiges und zum Test schauen wir uns mal an Ritual und Hexenbedarf, was die Seite so anbietet. Ja, da kann man jetzt noch wählen, Ritualset, Glasfläschchen, Altarfiguren, nehmen wir hier Altarfiguren, Altarpentakel und Ritualgegenstände. Was es da so gibt. Gut, dann muss man sich mal selber, wenn man Zeit hat, durchfusseln bei der Seite und es auf sich selbst wirken lassen. Das kann man jetzt hier so und nicht so einfach runter machen. Ich habe da noch eine Seite in Pettel, die kommt dann. Bis dann!